Hey Leute, herzlich willkommen zur Devil's Harvest Mod. Oh, ich hatte heute schon einen krassen OP Run und habe das auf Englisch aufgenommen, aber habe leider verkrackt beim Aufnehmen, deswegen sind wir jetzt wieder hier. Wir nehmen nicht Link, wir nehmen auch nicht die Drawn, wir nehmen May. Die ist auch reingemoddet. Die müsste eigentlich aus der Genonist Mod oder aus der Antibach Mod... Das Teil gibt dein Geld und Items. Epilepsie Warnung! Ja, May hat diese Tränen, die um sie herumschweben und ich werde hier gerade eingesperrt, das ist nicht so cool. Bitte lass mich hier raus. Bringt das noch irgendwas, außer dass wir Geld bekommen? Ich glaube nicht. Und diese kleine Flamme symbolisiert glaube ich unseren Damage-Up, den wir bekommen, weil mit jedem Schuss, den wir treffen, kriegen wir dann Damage-Up. Ich hoffe gerade auf Geld, das droppt. Genau so. Ich weiß nicht, ob das so, ob das nicht ein bisschen hart nervig ist, aber... Ja und wenn wir stehen bleiben, dann sehen wir das jetzt. Die Tränen fliegen immer weiter weg und bleiben dann irgendwann auf einer bestimmten Distanz. Oh, holy crap. Holy crap. Warum kann ich diesen Kackhaufen nicht kaputt machen? Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist, aber ich will diesen Kackhaufen. Ja. Dankeschön. Ich hatte in diesem OP-Run halt nur so viel Lack, dass ich nur 10 in ihn geschossen hatte. Hatte die maximale Tierrate, hatte ja 80 Damage und so und das war schon hart krass. Und man sieht so, wenn er so charged, dann haut die Flamme so kurz, also dann weiß die Flamme kurz nicht, wo sie hin soll. Das ist ziemlich lustig. Ähm, und ja. Was ist eigentlich das Maximum an Damage, was wir bekommen können? Ich glaube auf 3 oder so. Mit dem Damage Boost. Also der steigt halt, wenn man trifft, aber der sinkt dann auch sofort wieder, wenn man nicht mehr trifft und ich hoffe... Oh, das ist nice. Komm, gib mir nochmal eine Münze. Dankeschön. So. So, leider ist mein Energy leer. Mein Energy Drink. Sehr, sehr schade. Ich mag die Musik hier irgendwie. Keine Ahnung, die ist so derpy. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Dankeschön. Das hat auch gut geklappt. Ich hoffe, hier ist ein Milk Automat drin. Und hier ist dein Milk Automat drin. Crate of... Nein, das mag ich nicht. Ich kann ja gleich mal zeigen, was die Crate of Friends macht. Ich hoffe jetzt hier erstmal auf eine Milch. Bitte. Ja, leider nur. Das... Ich kann euch das mal zeigen. Und das ist mir dann ein bisschen zu nervig. Lass uns das tun. Welche Ebene kommen wir aus? Oh, wir haben ziemlich viel Übersprung. Bekommen dafür aber dementsprechend auch Items. Deswegen eigentlich immer erst in den Geheimraum rein. Was zum Fick. Ihr hört diese Stimme auch, oder? Okay, das bringt uns nichts. Komm, sterb bitte. Wir haben ein bisschen Damage abbekommen durch... Diese Stimme ist mega creepy. Vielleicht werde ich heute auch mal zwei Runs in eine machen. Dann wird das zwar ein verdammt langes Video und wir haben jetzt... Eigentlich sind diese Röhren nicht so nice. Also wenn man so krass viele Ebenen überspringt, sind die nicht so nice. Manchmal überspringt man nur eine, bekommt dann zwei Items. Aber manchmal, wie man sieht... Viel zu viele Ebenen. Mir macht diese Stimme gerade so ein bisschen Angst. Die habe ich nämlich noch nie gehört. Ja, es ist gut Stimme. Das kann hier sein, oder? Der Geheimraum. Na. Crap. Kann nicht hier sein. Man sieht jetzt auch, wenn Leute was spielen, aber es wird ja so ein bisschen überdeckt. Ist ja nicht so schlimm. Ich verkecke gerade hart. Also... Manchmal drängen diese Tränen die Gegner auch in einen, weil die Tränen ja auch wieder zurückkommen. Ist manchmal ein bisschen tricky. 3 Dollar Bill. Warum nicht? Lemon Milk. Damage and Tears up. Ein bisschen Tears up und ein bisschen Damage up. Naja, wenigstens auf 5 Damage hoch. Das ist schon mal etwas. Oh, natürlich. Das sieht nicht so gut aus. Wenn wir jetzt Abaddon bekommen, wäre es ziemlich nice, oder? Gapi. Gapi's dead body. Hey. Schön, dass sie über Steine fliegen. Mein Hund lehnt sich gerade gegen eine Tüte auf der Couch. Deswegen könnte es jetzt ein bisschen knistern. Tut mir sehr leid. Was zur F*** bist du? Was zur F*** bist du? Was du auf jeden Fall bist, ist nicht cool. Ich bin nicht gestorben. Ich bekomme einen Devil. Jetzt habe ich mir gerade über meine Wunde im Gesicht gekratzt. Was ist das? Ich nehme es einfach mit. Ich habe absolut nicht die Ahnung, was das bringt, dieses Item. Meine Tränen waren gerade warum auch immer unsichtbar. Das kann übrigens auch Herzen droppen, aber das ist anscheinend sehr selten. Und wer ist tot? Wie lange geht die Aufnahme? 9 Minuten. Also, lass uns restarten. Damit kann ich mich nicht zufrieden gehen mit diesem Tod. Ich werde mit dabei wieder besser. Vielleicht kriegen wir diesmal noch ein sehr gutes Item am Anfang. Naja, naja, naja. Lass uns ein bisschen Geld fahren. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld auf dieser Ebene. Das wäre sehr, sehr nice. Und wir kriegen die erste Münze, die wir kriegen. Jetzt ist es lang, aber ich setze mich einmal ganz kurz anders hin. Denn mein Knie bringt mich gerade ein bisschen um. Ja, übrigens in den, ab diesem Part werde ich die Zeichnerin verlinken, die mein Charakter da unten rechts da gezeichnet hat, der auch im Thumbnail zu sehen ist. Denn, ja, vielleicht will ich das auch noch in den anderen Folgen verlinken. Weil das ist einfach nur fair, das zu machen. Und da könnt ihr von dir als Staff kaufen. Glaub ich. Aber sie hat es verdient. Guckt es auf jeden Fall. Guckt es euch auf jeden Fall an. Checkt sie aus. Gibt dir Liebe und Geld. Größtenteils Geld. Ja, bitte. Und, ähm, wenn ihr bei mir vorbeischauen wollt, ähm, könnt ihr mal bei mir auf Fiverr vorbeischauen oder wie es heißt. Und, äh, da könnt ihr nämlich, äh, da biete ich an Thumbnails zu machen und sowas. Und, äh, YouTube Banner. Wenn ihr für einen kleinen Betrag, also für 5 Euro, glaube ich, 5 Thumbnails haben wollt, dann schaut bei mir vorbei. Das ist gerade Hammer. Das ist nicht so Hammer. Das ist gut. Comforted, ich hasse Comforted. Aber wir haben 17 Münzen, wir können auf jeden Fall, ähm, wir können auf jeden Fall an den Automaten spielen. Ich hasse Comforted, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Auf jeden Fall. Damage Tears ab. Und du bist... Sorry. Tears keine ab, Damage keine ab. Aber, ja, ist okay, jetzt haben wir wieder den Standard Damage. Ja, kann ich mit leben. So, ein riesiger Larry. Jetzt sind wir zwei Larrys. Weil, wenn man mich in der Mitte durchschneidet, werde ich auch zu zwei. Jasis oder so. Ja, damit, da können wir jetzt zwei Triggers mitnehmen. Einfach, einfach weiter. Ich weiß nicht, was der wo macht, der ist neu. Also, gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Würde ich gerne machen. Leider habe ich keinen Geld. Yes. Vanilla Milk und wir haben die Verwandlung. Oh, das ist ein krasses Tearsub. Das gefällt mir. Also, unsere... Nein, das ist Shot Speed, der so krass ballert. Unser Tear Rate ist eigentlich immer noch gleich, weil wir haben. Also, die ist nur ein bisschen hochgegangen. Das ist verdammt krass. Das ist verdammt krasser Shot Speed. Gib mir bitte Schlüssel. Bitte. Mir gefällt der Shot Speed. Sehr. Ähm, ich hoffe, wir bekommen auch ein Devil Deal, wo wir Herzen rausbekommen dann. Also, aus dem Devil Deal. So viele blaue Herzen. Äh, blaue Steine. Ja, können wir leider nicht öffnen. Ja, das muss ich einfach machen. Das ist ein Dime, oder? Samir und eine Tower. Ja, lass uns zur Tower einsetzen. Dann, äh, das würde ich gerne erst... Da würde ich erst gerne nach dem Boss reingehen, weil da könnte... Weil da könnte natürlich eine Röhre drin sein. Und diese Röhre ist ja nicht mehr benutzbar, wenn man... Jetzt können wir auch noch zwei Karten haben. Das ist, äh... The Hyrule Friend. Warum nicht? Ja, ist zwar kein guter Devil Deal, aber es ist ein Devil Deal. Und wir haben Herzen bekommen, das ist nicht schlecht. Meine Mom schreibt mir. Äh, ja. Diese Tränen drehen sich verdammt schon. Ich möchte gerne einen Schlüssel haben. Bitte. Das wäre sehr nett. Kannst du hier sein? Das ist verdammt awesome. Ich werde den Schlüssel jetzt nicht mitnehmen, weil das Risiko zu groß ist, dass meine Schlüssel weggenommen werden. Aber das nehme ich mit. Und, ähm, ich werde in den Shop reingehen, weil wir auch wieder so viele sehr nice. Ähm, und kriegen wir vielleicht noch ein paar Münzen. Sehr nice. Jetzt gehen wir in den Ultra Geheimraum ein, hoffen auf ein paar Münzen oder so. Oh, das ist das. Ja, da hätte ich nicht warten müssen, um da reinzugehen. Wir haben die Red Candle. Red Candle ist nicht schlecht. Ist definitiv nicht schlecht. Ähm, ich dachte gerade, da stand gerade so, Live-Side, äh, Wreck. Und dann dachte ich so, okay, warum steht da nichts drin? Aber er nimmt auf. Lass uns hier rein. Was bist du? Max Head Damage. Das ist ein altes Item. Das ist jetzt Cricket Head, meine ich. Das war aber nicht viel Damage Up. Jetzt schickt mir meine armen SIM-Kartenadapter auf Ebay. Und, äh, ich hab Amazon Prime nur so. By the way, und da kommen halt meine Pakete sehr, sehr schnell an. Und das wäre für mich wesentlich praktischer, da zu bestellen als bei Ebay. Weil die kosten da genauso viel. Und ich verstehe schon, was ich meine. Ihr versteht mich schon, ihr versteht mich schon. Es ist nett, dass sie mir das schickt, aber... Ihr versteht schon. Okay, ich bekomme keinen Schaden. Alles easy. Alles easy, alles easy. Mir gefällt diese Tierrate. Ultra krass. Ich dachte, wir haben... Ach ne, wir haben ja gar nicht das Gold und More Options. Wir haben ja nur More Options. Das ist ja für den Boss. Geh mir rein, geh mir rein. Why not I mean? Ich denke mal, hier wird der Boss sein gleich. Wir könnten etwas Speed-Up gebrauchen. Das wäre... Sehr vom Vorteil. Und dass wir so viele Münzen bekommen, gefällt mir auch. Holy crap. Holy crap. So, du bist ja mit der Candle ein ganz nicer Dude. Weil die können wir einfach die Candle reinballern und die macht dann extrem viel Schaden. Und wir kriegen jetzt zwei Item. Wir sollten jetzt zwei Item suchen. Ähm, was nehme ich? Das, weil das macht Damage-Up und Range-Up. Die andere Spritze hätte zwar krassen Speed-Up gemacht, aber... Aber Damage-Up ist mir dann schon ein bisschen lieber. Hoffentlich verständlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir können fliegen. Der Damage ist auf jeden Fall gut ertragbar. So, das war knapp. Der hat uns fast bekommen, aber... Cool, noch eine Bombe gedrobt bekommen. Wir bräuchten wieder ein paar Schlüssel. Jetzt können wir natürlich auch fliegen. Jetzt müssen wir uns um Abgründe keine Sorgen mehr machen. Wir gehen in die Arcade rein. Vielleicht ist da wieder so ein Milchauto. Ich bin mir noch unschuldig, warum das Schaden... Lass mich für den in die Arcade. Ja, das mal nicht zusammen halt weg. So, mehr Münzen ist immer gut. Und... Und einen Schlüssel. Ähm... Lass mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Nein, leider nicht. Wahrscheinlich kann er da auch gar nicht sein, oder? Nope. Hey, cool. Ja, dank, dankeschön. Dank, dankeschön. Okay, ich spiele, dann gehe ich halt hier lang. Wenn du das unbedingt willst. Ist aber ein blöder Raumspiel. Dankeschön. So, wir bekommen auf jeden Fall nochmal ein Herzchen dazu. Und wir sollten einen Devil oder Angel Deal bekommen. Ich hoffe hier auf einen... Devil Deal. Weil ich bin generell mehr der Fan von Devil Deals. Oh, der Shop wäre nice. Äh, der Itemraum. Mit einem Milchautomaten. Das wäre super. Ja. Das ist eine verdammt große Ebene, muss ich sagen. Ja, eine Münze abgezogen ist nicht so schlimm. Ähm... Tatsächlich hätte ich gerne erst den Item Raum, bevor ich... nicht mit mir. Portale. Nicht mit mir. Nehmen wir die mit. Okay. Spicy Chicken. Zum Glück kein Zyanid. Zyanid ist eine Pille, die lässt einen sterben, wenn man die Ebene nicht schnell genug beendet. Ähm... Sieht flüssig aus. Sieht flüssig aus. Ich habe gerade mal geguckt, wie flüssig das auf dem Bildschirm aussieht. Nicht ganz so flüssig, wie es ist. Äh... In-Game. Aber... Flüssig genug. Triple Shot. Äh... Ja, warum nicht? Es... Es ist cool. Es ist cool. Und die Map. Und... Herz. Ja, das ist... Triple Shot. Sieht auf jeden Fall nice aus. Shot Speed ist immer noch krass am Start. Deswegen stört mich die T-Rate nicht mehr. Jetzt haben wir anstatt halt... 4 oder 5 Schüsse um uns haben wir halt. 9 um uns. Es ist aber gebündelt. Aber... Es ist... Okay. Du willst also, dass ich gucke, ob hier der Geheimraum ist. Ist er nicht. Gut spielen. Ich wusste gar nicht, dass der was spawnen kann. Ja. Das ist natürlich ein sehr... Guter... Angel Deal. Ich hoffe, wir bekommen auf der nächsten Ebene noch einen Devil Deal. Ich denke nicht. Weil unsere Chance jetzt wieder gesunken ist. Dann lass uns mal ganz kurz hier reingehen. War auch nicht so ein guter Raum. Aber... Unser Damage mit dem Triple Shot ist echt okay. Damit kann man schon leben. Also... Dann die Red Camel, die auch noch Kraft Damage macht. ist halt auch voll in Ordnung. Ähm... Ja, ist cool, ist cool. So, so. Flammen in die... zu bekommen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. So, dann lass uns weitergehen. So. Ich denke mal, der Item Raum wird dann da in dieser Gasse hier sein. Ich... Also... Ich will nichts sagen. Aber wenn man nicht den ultra krassen Speed hat, ist es fast unmöglich diesen Gegnern auszuweichen. Und ich dachte, manche Gegner aus dem normalen Isaac sind schon unfair. Aber... Die sind unfair. Was bist du? Was zum... Holy Crap. Okay. Da, wo ich mich hinbewege, komm, also rockt hier. Was zum Holy Crap. Was zum Holy Crap. Also ich meine, wenn es jetzt lag, tut es mir leid, es lag bei mir selbst ein bisschen. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Also ist okay, ist jetzt nicht so nötig. Das ist, äh, ein bisschen zu krass meiner Meinung nach, aber okay, okay. Okay, ich nehm's einfach so hin, ich nehm's einfach so hin. Okay. Okay. Okay, Herzlauf sammeln wird jetzt auch nicht so leicht. Nehmen wir einfach eine Röhre und sind auf der Warmebene. Das ist schon okay. Warum nicht? Ich denke mal, das ist da oben. Ich will mich nicht beschweren, das ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Für alle Items aufheben ist quasi unmöglich. Okay. Das wird schon alles, das wird schon alles durchdacht sein. Ich habe Hoffnung in den Mordentwickler. Aber gut zu kontrollieren ist es trotzdem nicht, aber es scheint Schaden zu machen. Es ist trotzdem mal ein bisschen schwer zu kontrollieren. Ich bin, äh, holy crap, das wollte ich nicht. Bitte lass mich das nehmen. Ja, ich würde gerne nicht Hasch machen. Nein, nein, definitiv nicht. Nein, das ist doch mal ein Run, der sich, der sich laut anzugucken. Ja. Also das definitiv. Also, wenn das nicht was außergewöhnlich ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Wir gehen einfach weiter. Ja, wir gehen uns gar nicht mit dem niederen Volk ab. Es ist fast gar nicht zu kontrollieren. Ich meine, es ist wirklich, es sucht sich einfach so seinen Weg. Auch wenn man in die Richtung läuft, denkt sich das manchmal so, nee, heute nicht. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, wir kriegen hier jetzt ein... Ich habe das Polaroid nicht mitnehmen können. Scheiße. Egal, äh, war ein cooler Run, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss dir die.